Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute ist Mittwoch, d.h. es gibt eine neue Folge Trash Splatter Mateur Mittwoch. Heute geht es um den Film Lost Way of the Zombies von Stefan Svahn. Dieser ist erschienen bei Maximum Uncut Productions als Nummer 4 ihrer Dark Frame Collection. Nach dem Intro geht es los. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Willkommen zurück. Nach einer durchzechsten Nacht machen sich Mike und Dan auf den Heimweg. Sie nehmen eine Abkürzung über ein altes Fabrikgelände und dort treffen sie auf eine alte Hexe, die sie am Weitergehen hindert. Nachdem sie von den beiden Beleidigten geschlagen wird, stößt sie einen Fluch aus. Die beiden töten dann die Hexe und gehen nach Hause. Am nächsten Morgen ist Dan verschwunden. Und Zombies sind von den Toten auferstanden und für Mike beginnt ein Überlebenskampf. Bevor ich euch meine Meinung zum Film sage. Erstmal wie üblich in der Dark Frame Collection von M.U.P. Hier ist die Nummer 4. Ich habe auch die anderen Nummern. Nummer 1 habe ich euch schon vorgestellt. Die Knochenwald-Filme habe ich aber als große Hardbox. Und die anderen werde ich euch nach und nach vorstellen. Und hier drin befindet sich noch ein Bonus-Film. Blutrausch. Den werde ich euch auch noch vorstellen. Der ist ebenfalls von Stefan Swan. Auf jeden Fall Lost Way of the Zombies ist der erste Film von Stefan. Der danach bei Blutrausch, Gefangenen im Haus des Grauens, der hier als Bonus-Film beilegt. Regie geführt hat und bei Voodoo Curse. Ebenfalls erschienen von Maximum Anker Production als Nummer 2 ihrer Dark Frame Collection. Auch war Stefan für einige Effekte bei Masel-Walz-Filmen verantwortlich. Z.B. bei Schlaraffenhaus oder Lapidimord. Und bei Mike Goudes Splatter-Filmen. Die blutige Prankete Krause am Bestier hatte das Monster beigesteuert. Leider Gottes beging Swan im März 2024. Also dieses Jahr Selbstmord. Ich hätte gerne noch viel mehr von ihm gesehen und sage mal Ruhe und Frieden. Tragisch auf jeden Fall. Vor allem für die Familie. Und ja, Lost Way of the Zombies ist für mich einer der besten deutschen Zombie-Filme. Die Zombie-Maske und das Make-Up sind teilweise echt genial geworden. Und muss sich hinter einigen größeren Filmen absolut nicht verstecken. Das einzige ist, dass das Bild ab und zu sehr dunkel ist. Aber okay, das ist ja leider oft bei Amateur-Splatter-Filmen so, wenn sie im Dunkeln drehen. Aber okay. Das gleiche gilt für die zahlreichen Go-Effekte. Die sind auch sehr gelungen. Und die Splatter-Fans dürften hier auf alle Fälle auf ihre Kosten kommen. Hier steckt sehr viel Liebe drin. Und es gibt auch einige Anspielungen. Zumindest kamen wir sofort von anderen an andere Zombie-Firmen. Zum Beispiel hat mich eine Szene ein bisschen Return of the Living Dead erinnert. Und ja, die Darsteller sind zwar all das andere als Profis. Aber als Amateur-Fan hatte ich auch nichts anderes. Man merkt, dass sie Spaß an den Filmen hatten. Und für Fans von Amateur-Splatter-Filmen ist Lost Way of the Zombie ein absolutes Muss. Schaut ihn euch an. Wie gesagt, viel Gore. Geil gemachte Gore-Effekte. Einen hohen Body-Count gibt es. Und ja, es ist der erste Film von Stefan gewesen. Der erste Lang-Film. Und für mich wirklich ein großartiger Film. Ich gebe den Film 9 von 10 Punkten. Kennt ihr den Film oder andere aus der Dark Frame Collection? Schreibt es mal in die Kommentare. Und wenn ihr ihn gesehen habt, was haltet ihr von ihm? Nächste Woche wird es dann weitergehen mit dem Bonus-Film da drauf. Von Blutrausch. Und danach mit Voodoo Curse ebenfalls von Stefan. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Abonniert meinen Kanal. Dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.